Grüß Gott, mein Name ist Christian Strobl, ich arbeite am Deutschen Fernerkunders- und Datenzentrum in Oberpfaffenhofen und das ist jetzt eigentlich der dritte Vortrag in Reihe. Vor zwei Jahren habe ich Kopernikus generell berichtet, letztes Jahr dann über den Aufbau von Code.de und dieses Jahr möchte ich gerne über die Nutzung von Code.de, vor allem über die Schnittstellen sprechen und werde mich deswegen nicht mehr lange damit aufhalten, welche Kopernikus-Aktivitäten schon praktisch in Gange sind. Bloß ganz kurz, das ist noch gar nicht so lange her, ungefähr im April 2014 ist Sentinel-1 gestartet, das war der erste von den Satelliten. Radarsatellit und ab Mitte 2015 kam da mit Sentinel-2 der hochauflösende optische. Das heißt, das sind jetzt drei, dreieinhalb Jahre und wir haben damit schon sehr viele Aktivitäten, die allgemein noch gar nicht so bekannt sind. Es gab daraufhin auch verschiedene Aktivitäten, auch von der ESA und den nationalen Einrichtungen, diese Satellitendaten an den Mann zu bringen und eine davon ist halt Code.de, das ist der deutsche Datenzugang für Kopernikus-Darfen. Ich werde halt kurz diese Anwendung vorstellen über den Client, was man damit alles machen kann, dann auf die Schnittstellen eingehen, das ist einmal die Collection-Suche mit dem Catalog-Service-Web, CSV, dann Datensuche über eine Open-Search-Schnittstelle mit dem EOP-Profil, dann Darstellung mit WMS und Download über HTTP und WCS, das sind im Wesentlichen die Schnittstellen und wenn es sich zeitlich ausgeht, was aber wahrscheinlich, was nicht wahrscheinlich ist, ich habe das ja eigentlich als Demo angemeldet, das hat sich seit 20 Minuten reduziert, würde ich gerne noch ein bisschen was zeigen, vielleicht baue ich das ja zwischendurch ein. Wenn man Code.de startet, kommt man in das Portal oder den Marketplace, ein bisschen blöder Name. Man sieht sofort, ich habe hier Sentinel-1, 2 und 3 Daten, Sentinel-1 ist ein Radardaten, Sentinel-2 ist ein hochaufgelöste optische Daten, vergleichbar Landsat und Sentinel-3 sind mittelaufgelöste optische Daten, vergleichbar Modus oder Meeres von der NASA. Modus von der NASA und diese Daten sind über unser Portal verfügbar und die fünfte Mission ist Sentinel-5P, was Atmosphärendaten liefern, da sind wir gerade dabei zu integrieren. So, jetzt schauen wir, wie kommt man denn überhaupt darüber an die Daten, man ist ja ein bisschen ungeduldig meistens als User, da kann man mal über den Weg Datasets gehen, dann sieht man hier alle Daten, die zur Verfügung stehen, kann man auch runterscrollen, dann sieht man mehr oder man geht hier oben über den Featured-Content direkt rein. Dann als zusätzliche Ergänzung, man kann bei Code.de auch Online-Prozessierung vornehmen, dafür muss ich mich registrieren, aber da kriegt jeder einen Zugang und man hat dann auch die Möglichkeit, über eine Online-Plattform direkt mit den Daten verschiedene einzelne Prozessierungsmethoden, die da angeboten werden, direkt einzusetzen. Eines der interessantesten Features von Code.de ist meiner Ansicht nach der Full-Resolution-WMS, das heißt, wir bieten für alle Daten, die wir haben, und das ist im Augenblick weltweit, ein WMS an, der die volle Auflösung von Sentinel-2 zum Beispiel, was man hier hat, 10 Meter hat und das ist über die ganze Welt zur Verfügung, das ist nicht nur über Deutschland. Und so ein Feature gibt es meines Erachtens eigentlich von kaum einem System. Synergize bietet das an, aber da muss man als privater Nutzer schon, glaube ich, 15 Euro im Monat zahlen. Bei Code.de kriegt man es umsonst. Hier hat man die Sentinel-3-Daten, dort habe ich eine Auflösung von ungefähr 350 Metern und habe hier weltweit eine tägliche Abdeckung. Man kann hier auch durchgehen und dann sieht man ähnlich wie im Modus täglich die Datensätze. Wir haben aber auch aufbereitete Produkte hier, zum Beispiel Landcover oder auch Temperaturdaten. Sentinel-3 hat zwei verschiedene Sensoren, OLG für normale optische Daten und SLSTA, SLSTA, auch für Infrarot-Daten und darüber kann ich auch Temperaturdaten ableiten. Und wir stellen das auch als WMS zur Verfügung. Ich werde später nur so eine Anwendung zeigen oder vielleicht auch gleich. Ich glaube, ich mache es gleich. Normal mache ich ja keine Online-Vorführungen, wenn es eng wird, aber versuchen wir es mal. Also, wenn ich hier in Code.de bin, starte ich und wenn ich hier zum Beispiel Sentinel-2-Daten sehen will, dann klicke ich hier einfach auf meinen Sentinel-2-Button, komme hier rein und sagen wir, jetzt will ich immer in die Gegend von München, kenne ich mir ein bisschen besser aus. Dann hat man hier immer so einen Kompromiss zwischen Suchen und Filtern, was gleich passiert ist. Es werden hier auch gleich Daten gesucht. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Die sind hier OLG, dass man jetzt das weiß. Wenn man runter geht, kennt man da was. Und wenn man jetzt bloß in dem Swap-Gist das benutzen will, dann kann man zum Beispiel diese Filterfunktion hier ausschalten. Und ich kann mich einfach hier so in Zeit und Raum bewegen. Und das Besondere an dem System ist, ich habe hier so eine Zeitleiste und ich kann jetzt hier auch zeitlich immer rüber gehen. Also, ich gehe jetzt hier zum Beispiel in die Vergangenheit zurück, zoome mal weiter nach München rein. So, dann gehe ich hier zurück und komme halt immer so zu einem Bild für die letzten Tage. So, denke ich. Eigentlich ist das nicht sehr gut, aber Das heißt, ich kann hier, wenn ich mich in dieser Zeitleiste bewege, auch in den August letzten Jahres zurückbewegen. Und wenn ich will, kann ich dann auch sofort eine Suche beginnen und dann sehe ich für den Zeitraum die Datensätze, die es jetzt gibt. Und diese Datensätze kann ich mir dann direkt runterladen, vorausgesetzt ich bin eingeloggt. Also, das sind die zwei unterschiedlichen Optionen, die man hat. Man kann das hier als Web-Gist benutzen mit einer zeitlichen und räumlichen Zoomen, Penning, was man halt so kennt. Ich habe auch hier die Möglichkeiten, die Layer zu ändern. Ich kann hier vielleicht nochmal so ein Anwendungsbeispiel zeigen, das habe ich vorher vorbereitet. Das dauert eine Zeit, muss man zurückgehen. Das sind die Feuer, die wir in Kalifornien im November letzten Jahres gehabt haben. Das sieht man jetzt hier zum Beispiel, ich suche mal ein bisschen raus, sieht man jetzt hier so ein Feuer in der Nähe von Chico, war das, glaube ich. Und dann kann ich hier so tageweise durchgehen. Wobei man noch dazu sagen muss, das sind Sentinel-3-Daten. Dort ist der letzte Satellit letztes Jahr gestartet, da war der noch in der Commissioning-Phase und wir haben für den Zeitraum nicht jeden Tag Daten, sondern bloß für jeden zweiten Tag. Das hat sich inzwischen allerdings geändert. Aber ich kann jetzt hier tagesweise durchgehen und sehe zum Beispiel, wie sich das Feuer entwickelt. Ein bisschen warten. Deswegen liebe ich so Online-Vorführungen. So, und was man jetzt noch zusätzlich machen kann, ich kann jetzt zum Beispiel auch noch unsere Temperaturdaten dann hinzuschalten. und kann dann schauen, wo wir das Feuer vielleicht auch darauf erkennen. Und man sieht hier zum Beispiel diese Temperaturanomalie, die bildet hier genau diese Feuerfront wieder. Das heißt, durch die Kombination dieser verschiedenen Daten, die ich schon im System habe, kann ich jetzt schon verschiedene fachliche Aufgabenstellungen erfüllen, die für unterschiedliches Bereich gelten. Für Flut, Feuer, alles Mögliche, aber auch für Monitoring-Aspekte werde ich später nur ein Beispiel zeigen. Was man jetzt auch noch machen kann, ich kann es jetzt kombinieren mit meinen Sentinel-2-Daten, die ja höher aufgelöst sind, die aber halt dafür eine geringere zeitliche, also eine höhere räumliche, geringere zeitliche Auflösung. Das geht bei Satellitendaten ja immer einher. Je öfter der Satellit drüberkommt, umso höher ist die zeitliche Auflösung, aber umso geringer die räumliche Auflösung, weil die Schwadbreite, mit der aufgenommen wird, umso größer wird. Suchen wir mal hier. Naja, das ist jetzt hier, da hat man nur eine Wiederholrate von fünf Tagen, aber dafür habe ich dann für den Zeitpunkt halt eine sehr hohe räumliche Auflösung und sehe genau, was passiert. Also durch die Kombination unterschiedlicher Sensortypen, unterschiedlicher Satelliten, kann ich halt hier ganz unterschiedliche Aufgaben auch schon nur in dieser Anwendung sehen. Also das ist so die erste Sache, die ich heute zeigen wollte, wie man den Browser benutzt und was man da alles machen kann. Jetzt wollte ich als nächstes... Kurz auf das Thema Registrierung eingehen. Das ist uns vorgeschrieben, dass man für den Download, auch aus statistischen Gründen, man wird da aber nicht abgespeichert, das werden auch keine... Da wird natürlich die DSGVO ganz streng eingehalten, passiert mit den Daten nichts, also mit den User-Daten, aber aus statistischen Gründen will man das haben. Und man kann sich einloggen und dann kann man auch alle Daten downloaden und man kann auch Zugang zu diesem Online-Prozessierungssystem bekommen. Und jetzt ist hier nochmal so kurz zusammengefasst das, was ich gerade gezeigt habe oder eigentlich schon ein weiterführendes Beispiel, wenn es um die Suche geht. Ich habe hier die Möglichkeit, über Filtereinstellungen ein räumlicher, das habe ich hier unten, und eine zeitliche Einschränkung vorzunehmen. Und das sieht man dann sofort rechts in dem Suchfenster, was für Datensätze dann für den Raum und für die Zeit zur Verfügung stehen. Und jetzt habe ich unten noch zusätzliche fachliche Filter. Hier ist zum Beispiel die Cloud-Cover. Man sieht hier, dass jetzt sehr viele wolkige... Entschuldigung, ich bin in die falsche Richtung gegangen. So, man sieht hier sehr viele wolkige Bilder. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier zum Beispiel die Cloud-Cover einzuschränken auf 0 bis 20 Prozent. Und man sieht, dass sich das sofort in dem Fenster auswirkt, dass ich jetzt Datensätze habe, die eine geringe Wolkenbedeckung haben. Das ist ja das, was man in der Regel will. Dann kann man sich die Datensätze, die man haben will, zum Download auswählen und hat die Möglichkeit, die dann Stück für Stück zu speichern, was bei vielen Daten umständlich ist. Man kann sich das aber auch über so einen Download-Manager, kann man sich ausgeben lassen, das sieht man hier unten, unter Download-As, oder habe ich die Möglichkeit, mir einen Download-Manager einzustellen, oder kann auch die Daten, wie man hier sieht, einfach als Liste holen und die dann mit W-Gate oder Curl einfach selber weiterverarbeiten. Was für viele vielleicht das Praktischste ist, die so einen hybriden Weg gehen, dass sie es nicht komplett automatisieren wollen, aber lieber mal 100 Datensätze suchen und dann halt versuchen, die parallel über Nacht runterzuladen, bevor man da vom Computer wartet. Wir haben auch einen WCS eingebaut mit einer Oberfläche. Hier sieht man den Dialog. Dort kann ich auch wieder den Extend einstellen, kann das Ausgabeformat definieren, kann die Bankkombination auswählen und das habe ich jetzt hier noch gut aufbereitet und sieht dann hier praktisch die Datensätze, die man direkt runterkriegt. Ich habe das jetzt hier als PNG gemacht, damit man das kleinen Browser laden kann. Man kann das natürlich auch als Geotiff abspeichern und sich mehr als drei Kanäle runterladen. Oder hier, wenn man so startet, man hat hier die Einschränkung über die Zeitleiste und über den Ort. Dadurch wird auch wieder gleich ausgesucht. Wir haben praktisch alle Datensätze gesucht, die für diesen Raum zur Verfügung stehen und für das, was in der Zeitleiste hier mit dem schwarzen Balken markiert ist. und dann gebe ich noch eine Cloud-Cover-Einschränkung hinzu und komme auf meine Datensätze, die ich dann so durchscrollen kann. Was ich dann auch hier sehe, da gibt es noch so einen Open-Search-Link, wenn man auf Atom, also Atom geht, oder O und M, aber in dem Fall das Atom, dann kriege ich auch diesen Datensatz nochmal in dem Format angezeigt und habe hier so einen Atom-Feed, den der Firefox leider seit einem Monat nicht mehr rendert, wo man sich so eine extra Add-on laden muss. Das war bis vor kurzem bequemer, aber Firefox ist der Meinung, Atom-Feeds sind veraltete Technologie und die anderen unterstützen es, glaube ich, sowieso nicht mehr. Und jetzt zu den Schnittstellen. Wir haben verschiedene Service-Endpoints, also für Open-Search, für den CSW, WMS, WCS, die sind hier aufgeführt, die sind auch nochmal in dem Begleitband drin, dann hier für den HTTP-Download. Das ist einfach sowas, wie man es von anderen Archiven auch kennt, wo wir später nochmal drauf eingehen. Und DEHUS ist die ESA-Software, die wir bei uns auch nochmal repliziert haben. Wenn ich jetzt einfach die Datensätze, also nicht Datensätze suche, sondern Collection-Daten, also Datentypen, dann gehe ich über den CSW-Katalog, habe hier so eine CSW-Abfrage und kriege halt hier im, in dem Fall habe ich es mit Curl in der Kommandozeile gemacht, und kriege halt hier praktisch die ganzen Ergebnisse, die drin sind. Was jetzt Satellitendaten betrifft, das ist vielleicht jetzt für den Endanwender, für Sie alle nicht so interessant, das ist halt interessant für GDI.de oder andere Kataloge, die uns harvesten und die halt dann praktisch das verlinken und über ihre Seiten bringen. Interessanter für normale Nutzer ist der OpenSearch-Request. Hier habe ich mal so ein Beispiel. Dort kann man alle Sachen, die man vom WMS kennt, auch auf den Katalog anwenden, mehr oder weniger, kann es Datent, Endent, eine Boundingbox eingeben und auch hier Cloud Cover. Die Cloud Cover, also so Intervalle, werden mit so eckigen Klammern definiert und dadurch wird der beschränkt, wenn die eckige Klammer in die eine Richtung geht, also zum Moment nach links, dann schließt das 10 mit ein. Wenn ich jetzt das eckige Klammer in die andere Richtung machen, würde ich jetzt 10 mit ausschließen zum Beispiel. Und wenn ich das in den Browser kopiere, dieses Statement, kriege ich hier wieder so einen Atom-Feed und habe hier meine Ergebnisse und kann das aber auch, was oft noch praktisch ist, was wahrscheinlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das ist einfach dieses OpenSearch-Protokoll. Ich muss jetzt aber hier schnell schauen, wo das steht, absolut. Da muss ich hier vielleicht schauen. Nein, es ist nicht. Nein, das finde ich jetzt nicht. Man muss dann, wenn man wirklich wissen will, bei einer OpenSearch-Frage, wie viele Ergebnisse zurückkommen, weil das wird gepaget, muss man sich den Code von dem zurückgegebenen Feed anschauen und dann gibt es einen Identifier, der heißt Absolute Counts oder so ähnlich und dort sieht man dann mit einem, in dem Tag ist dann beschrieben, wie viele Ergebnisse zurückkommen. Hier ist jetzt ein Beispiel für ein WMS. Ich wollte das eigentlich schon gar nicht bringen, weil man eigentlich denkt, WMS kennen alle. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, weil wir so ein paar Spezialitäten dabei haben. Das Besondere bei Code.de ist, dass wir ein WMST haben, also kein WMTS, also ein Teil, WMS mit Teils, das ist ein WMTS, sondern ein WMST, das ist ein WMS mit Zeit und da hat der Armin Räterat auch letztes Jahr, glaube ich, war das einen ganz guten Vortrag darüber gehalten, dass sehr viele WMSTs zur Verfügung gestellt werden, aber es so gut wie keine Kleins dafür gibt. Das heißt, das Problem haben wir auch. Ich setze jetzt hier diese Abfrage, setze sie einfach mal in einem Browser ab und sehe dann hier das Ergebnis, also es ist auch Münchner Innenstadt wieder, die man hier sieht. Und dieser WMST, der spiegelt sich ja wieder, ich kann hier für verschiedene Zeiträume, das habe ich jetzt hier im Browser gemacht, sehe ich halt und man sieht das hier sehr schön an dem, wie weit die Aufnahmen immer nach Norden gehen, weil die Satelliten nehmen immer nur so lange auf, die optische Daten liefern, solange natürlich ihr Tageslicht da ist und im Winter geht das immer weiter zurück und dann erst Richtung Frühling wird es wieder eine höhere Breite. Also man kann das hier alles mit dem WMST nachverfolgen. Das Problem ist jetzt, wenn man das in Cookies lädt, schaut es erst mal so aus. Also man sieht nichts, obwohl der WMST hier drin ist. Cookies kann prinzipiell dann nicht damit umgehen. Da gibt es aber den Time Manager und wenn man mit dem ein bisschen rumspielt, dann schafft man das auch, dass man den WMST, aber sicher auch anderen, nicht bloß unseren in Cookies anschauen kann. Da habe ich ja nur mal so ein Beispiel vorbereitet. Speziell für den Herrn Burmann, der irgendwie in Wilhelmshaven gesagt hat, da gibt es so wenig Datensätze ohne Wolken. Also die Zeit läuft jetzt durch und der schaut jetzt praktisch für jeden Tag nach, ob da Daten vorhanden sind und dann kann man das natürlich auch in Cookies so einstellen, dass es muss dieser Time Frame nicht ablaufen, sondern man kann natürlich auch eine bestimmte Zeit hier unten einstellen. Man kann es dann auch wieder ausblenden, dann fällt es gar nicht mehr auf. Dann ist es einfach da. Man könnte es jetzt auch für eine bestimmte Zeit natürlich einfrieren. Aber das ist die Möglichkeit, wie man mit dem in Cookies auch Daten, danke, mit dem in Cookies auch Daten anzeigen kann. So, jetzt gehen wir wieder rüber. Hier habe ich als Beispiel wieder die Wiesen. Mein Lieblingsbeispiel. Und wir haben jetzt eine Besonderheit. Wir benutzen im Background den Geo-Server für die Aufgaben und da haben wir jetzt eine neue Möglichkeit, über eine Environment-Variable auch die Bandkombination anzugeben. Ich habe jetzt hier als Bandkombination nicht die klassische 432, was Echtfarben bei Sentinel-2 ist, definiert, sondern ich habe so eine Falschfarbenaufnahme, wo der achte Kanal, das ist nahe Infrarot, den Rotkanal ersetzt und die anderen nach hinten rutschen und kriege dann hiermit praktisch das Ergebnis, dass halt Grünflächen, also Vegetationsflächen als Rot erscheinen. Kann ich jetzt direkt über den WMS machen und brauche ich kein WCS mehr, was eigentlich eine sehr schöne Sache ist. Und wir können auch on the fly den verschiedenen Indizes berechnen. Hier als Beispiel wieder einmal der NDVI. Also wir haben einen Style definiert, der on the fly den NDVI berechnet. Das ist auch bloß der rote und der Infrarotkanal. Und das Ergebnis ist hier, das weiß ich nicht, ob wir den Style so beibehalten werden, aber das ist erstmal so ein Arbeitsteil, wo halt nicht Vegetation rot ist und Vegetation grün. Man kann das auch von hell nach dunkelgrün machen, was vielleicht weniger aggressiv am Beamer rüberkommt. Das ist Beispiele, wie man den WMS Teno einsetzen kann. Und jetzt die Kombination, vor allem von OpenSearch und WMS, ermöglicht mir das, was ich bei Kugis vorher gesehen habe, dass wenn ich das so durchlaufen lasse, dass ich einen Haufen Wolken natürlich in Mitteleuropa dabei habe. Da tue ich mir schon viel leichter in Nordafrika, aber bei uns hat man viele Wolken. Und mit den OpenSearch-Abfragen kann ich mir zum Beispiel die Daten rausfiltern, die keine Wolken haben. Ich gehe mal weiter. Kann ich mir die Daten rausfiltern, die keine Wolken haben oder die nur wenige Wolken haben. Kann das automatisieren und lade mir dann über den WMS die Daten runter und kann dann so Animationen zum Beispiel daraus machen. Das kann ich für verschiedene Sachen machen. Und ich habe jetzt auf der einen Seite, sieht man den Auf- und Abbau vom Oktoberfest oder den anderen Aktivitäten, die da auf der Wiesn immer stattfinden. Das da drüben ist das Al-Wakiri-Stadium in Katar, wo man halt sieht, wie der Baufortschritt so ungefähr im letzten Jahr ist. Das ist vor allem das rechte Beispiel, ist so ein bisschen an der Grenze natürlich von der Auflösung mit zehn Metern, aber man sieht trotzdem ganz gut, wie die Straßen da dazugebaut werden. Und sowas kann man sich mit dem WMST nicht mehr zur Verfügung stellen. Man wird mehr oder weniger selber hinbauen, kann da verschiedenste Sachen machen. Ich habe hier nochmal ein Beispiel dabei für so eine Bewässerung irgendwo im Garden Country in den Vereinigten Staaten. Und da sieht man auch, wie sich halt im Laufe des Jahres, das ist wieder ein Falschfarbenbild, wie sich im Laufe des Jahres die Vegetation ändert und das Raufen wieder rumstellt. Und da gibt es halt verschiedene Anwendungen und das kann ich alles machen, ohne dass ich besonders viel Fernerkundung mache, jetzt mit dem, was wir jetzt hier anbieten. Das kann ich nur mit unserem WMST und ein bisschen Basic-Programmierung in Python eigentlich erledigen. Wenn ich mich da jetzt nicht so drauf einlassen will auf so Service-Sachen, dann habe ich die Möglichkeit, den klassischen HTTP-Download immer noch zu versuchen. Das ist durchaus eine legitime und einfache Sache, die auch, ich weiß nicht, seitdem es Satellitendaten gibt und die übers Internet vertrieben werden, gibt es diese Archive, die immer so aufgebaut sind, dass man den Sensor, das Satellit, den Sensor, dann das Jahr, den Monat, Tag und so weiter hat. Und dann kann man hier noch dazu über, das ist jetzt weiter drüben, kann man hier noch über gewisse Kürzel und Kritz feststellen, wo das auf der Welt liegt. Sondern WCS noch ganz kurz, empfehle ich jetzt bei Code.de nicht so, weil wir haben da noch gerade Performance-Probleme, würde ich zugeben. Aber so Ausschnitte in der Größe von der Stadt funktionieren, wenn ich jetzt Ausschnitte in Größe von Europa oder so mache, dann wird es allerdings sehr schwierig. Da haben wir eine Langschreibweise, die sieht man hier und die Kurzschreibweise sieht man hier. Wollte bloß mal zeigen, also man muss das nicht so ausschreiben, wie es in den OGC-Standards vorgeschrieben ist, sondern man kann das hier auch abkürzen. Dann kann man es ein bisschen größer machen, dass man es besser lesen kann. Und wir bieten zusätzlich auch noch für den Download eigene Tools an. Das sind unsere sogenannten Code.de-Tools, die haben wir auch auf GitHub. Und vielleicht schauen wir uns die noch kurz an. Also das, was ich hier gezeigt habe, das kriegt man alles ohne Probleme über die Code.de-Seiten. Der Trick ist, wenn man irgendwo in so einem Fenster drin ist, vielleicht noch, also wenn man irgendwo mittendrin ist und wieder ins Portal will, dann muss man einfach hier bloß auf das Logo gehen, dann kommt man wieder raus. Und was wollte ich jetzt sagen? Die Code.de-Tools sind hier. Wir haben hier verschiedene andere Software, freie Software, promotet, mit denen man halt gut arbeiten kann, also sowohl von der ESA als auch aus dem FOSS-Bereich. Und hier kommen wir auf die GitHub-Seite, kann sich die runterladen. Und es sind hier auch so Beispiele drin, wie man damit umgehen kann, wie man die Sachen automatisieren kann. Und wenn da Fragen sind, kann man jederzeit eine E-Mail schreiben, die auch beantwortet wird. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dieses Spiel wurde Ihnen präsentiert von, und zwar vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, hat das bezahlt. Das ist auch eine Infrastrukturmaßnahme von der Bundesrepublik Deutschland. Und das sind die Firmen, von denen das Konsortium dargestellt hat. Da gehe ich jetzt auch nicht Schritt für Schritt darauf ein. Das können Sie nachlesen. Interessant war jetzt die Schnittstellen. Und ich glaube, wir sind hiermit am Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Oh ja. Warum gab es Lücken auf den Bildern? Auf welchen Bildern? Ach so. Also es gab Bildschreifen, so Diagonale. Das ist ganz einfach zu erklären. War am Anfang der Präsentation. Hat man auch live gesehen. Das war immer wieder Lücken. Das sehen wir. Also das ist eine dumme Frage. Also Lücken, das entsteht einfach, hat sich da jemand verrechtet? Ich frage mich mal so an. Wenn man mit Satellitendaten arbeitet, dann braucht man immer so ein bisschen einen Background. Und wenn man den nicht hat, dann kommt dann vieles komisch vor. Und diese Lücken, die da entstehen, das kommt natürlich, das kommt daher, dass der Satellit, das ist die Daten, die Satelliten, die wir jetzt haben, sind sogenannte Polar Orbiter. Das heißt, die machen immer so einen, die haben ihre Orbits über die Pole und die Erde dreht sich darunter weg. Und man hat dann immer so Streifen. Also so ein Streifen, den man hier sieht, ist ein Orbit, wo Daten aufgenommen werden. Und wenn ich jetzt bei Sentinel 2 bin und ich habe jetzt hier einen Tag, gehe mir weltweit raus. Ich schalte wieder die Open Search Suche aus, weil die verwirrt hier dann. So. Dann sieht man hier, das ist das, was der Sentinel 2 an einem Tag aufnimmt. Und die Lücken zwischen den Daten entstehen dann immer, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zwei Tage habe, dann werden die Lücken kleiner. Und wenn ich drei Tage habe, werden es noch kleiner. Und in der Regel sollte ich bei fünf Tagen so eine Überdeckung haben, dass in der Welt, sieht man hier, dass die Daten weltweit so abgedeckt sind, dass keine Lücken mehr dazwischen stehen. Und ich habe da sicher irgendwelche Zeiträume eingestellt, wo halt diese Lücken auftreten. Ne, habe ich mir fast schon so gedacht. Ich dachte nur, es wäre eine gute Frage auch fürs Video. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Frage. Man sieht es auch schön bei Sentinel 3. Hello, I have a question about if I wanted to have a WMS request of cloud-free filter by the time. Of cloud-free? Yes, cloud-free Sentinel 2 image, for example. Unfortunately, cloud-free mosaics not yet available via Code-D. So you will not build a function? Yeah, it depends on on the next contract, I would say. Okay, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja, sonst gehe ich einfach mal rüber. Vielen Dank für den Vortrag. Kannst du vielleicht nochmal für die Fernerkundungsleihen hier sagen, also es gibt jetzt Sentinel 1, 2 und 3 und kannst du nochmal jeweils räumliche und zeitliche Auflösung sagen? Ah, da. Ja, also es gibt die Sentinel-1-Daten, sind Radardaten. Moment, vielleicht habe ich ja nochmal was offen. Gut, Sentinel-1 sind Radardaten, die haben so eine Auflösung, bei Radardaten ist das einmal schwierig zu sagen, aber die liegt so zwischen 30 und 20 Metern, wenn man das umrechnet. Sentinel-2 haben Auflösungen von 10 Meter für 5 oder 6 Bänder, die am meisten benutzt werden, bis zu 60 Metern. und Sentinel-3, da gibt es zwei Sensoren, das eine ist OLG, das ist der klassische Sensor für Land- und Wasseranwendungen. Da habe ich Auflösungen bei Full-Resolution von 350 Meter und so eine Reduced-Resolution-Auflösung von 1000 Meter und bei SLISTER, das ist das, wo auch die Infrarot-Daten mitkommen, da habe ich Auflösungen von 1000 Metern. Zeitlich? Zeitlich habe ich eine Wiederholrate bei Sentinel-1 und 2, da sind jeweils zwei Satelliten oben, Sentinel-1 A und B und Sentinel-2 A und B von 5 Tagen, also mit einer Wiederholrate von 5 Tagen, das sieht man auch schön, also wenn man sich mit dem Code.de immer so beschäftigt, wie wir das da haben, dann kann man so Sachen ganz kurz sehen. hier, dann habe ich bei Sentinel-3 eine Wiederholrate mit A und B, was jetzt erst seit kurzem drin ist, von einem Tag. Also habe ich in einem Tag, das müsste man jetzt eigentlich sehen, wenn ich hier nicht gerade rausgeflogen bin. Sonst zieht man es hier eben. So, das ist hier ein Tag, habe ich Wiederholraten von einem Tag. Und bei Sentinel-3-Liste habe ich sogar Wiederholrate von einem halben Tag, weil nämlich die Infrarot-Daten auch auf der Nachtseite aufgenommen werden und dadurch habe ich praktisch pro Punkt auf der Erde eine Abdeckung, also jeden Punkt zweimal am Tag, also sowohl tags als auch nachts. Und das bedingt wiederum, wenn ich mit dem System arbeite und will sowas anschauen, das ist am besten, ich wähle dann einen halben Tag aus, weil sonst habe ich mir diese überkreuzenden Orbits. Vielen Dank für den Vortrag und für die Wortmeldung.